Die einen mögen es praktisch, die anderen lieben Design. Manche wollen beides. Schwarz oder weiß oder etwas dazwischen. Die einen brauchen ihren Freiraum. Die anderen ihre Familie. Es gibt Lebenskünstler, Durchstarter und Weltveränderer. Die einen mögen es wild. Die anderen machen lieber alles ganz entspannt. Manche Menschen wissen genau, was sie wollen. Andere müssen alles ausprobieren. Eher gemütlich oder so schnell wie möglich? Handtuch links oder rechts? Die Zahnbürste im Schrank, im Becher oder in der Schublade? Alles griffbereit oder alles weggeräumt? Ein paar legen Wert auf Struktur. Nicht nur im Leben, sondern auch im Bad. Andere wiederum wollen es jeden Tag ein bisschen anders. Oder wollen alles in Griffweite haben und sich dabei im Blick behalten? Ohne Kompromisse. Für jeden das Richtige. Das modulare Badezimmersystem von Keramag. Das alle Wünsche erfüllt. Individuell für jeden Typ. Akanto von Keramag.